Hallo und ein recht herzliches Willkommen. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zum Transportfieber. Genau, wir werden mal weitermachen mit Transportfieber. Und es wird da auch noch ein paar Veränderungen geben. Das werde ich aber im letzten Video am... Naja, im letzten Video hört sich so komisch an. Auf jeden Fall werde ich das am Video am Samstag machen. Da werde ich ein bisschen was dazu erzählen. Wir müssen aber jetzt ein bisschen Industrie hoch pushen. Genau, dafür blende ich alles ein. Diese Industrie bekommt ja jetzt das ein oder andere Gut. Holz, dann haben wir hier noch ein bisschen Kunststoffe. Und das bedeutet, dass wir jetzt hier eine Jahresproduktion von Werkzeug von 50 haben. Das ist ja nicht so gut, ne? Da wollen wir ja ein bisschen mehr. Ja, und deswegen werde ich hier mal ein bisschen hopsasa tralala machen, dass hier ein Abnehmer ist. Und zwar die Stadt Cottbus. Ja, 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 ja. Das sieht ja super aus. So, hier haben wir Industrie. Und dann würde ich sagen, dass ich hier an diesem Bahnhof, weil hier haben wir, die brauchen Werkzeuge. Und hier ist, äh, die brauchen irgendwann mal Maschinen. Und daher gehend werde ich hier in dem Bereich, erst mal in der Pause hier, Christian Sorgenschuss, werde ich hier erstmal ein Lager hinsetzen. Und dafür habe ich, äh, gesagt, ich werde das hier nehmen. You know. Das werden wir mal so hinsetzen, wa? Das, äh, wird wahrscheinlich, äh, so besser sein. Tick, zack. Genau, da ist es. Und weil der Weg hier ein bisschen weit ist, nehmen wir eine neue Strecke, die hier alles abholt. Guckt doch mal an. Hier, was war ja alles schon zu, ja, lagern haben. Straße ran, Attacke Höher Amerika. Und dann geht's rund. Da ist er weiter. Wir brauchen, äh, eine Autobahn. Tuck, klar. Eine Autobahn würde was bringen. Ne, wir wollen ja keine Autobahn. Wir wollen ja nicht, dass hier, äh, so viel Verkehr ist. Äh, das reicht eigentlich eine Zweespur. Wir wollen mal nicht übertreiben. Hier, 100. Jo, die sehen ganz gut aus, ne? Ja, klar, komm. Wir nehmen so eine Straße. Zack, setzen die hier ran. Und dann würde ich sagen, schön an der Strecke entlang, dass es hier ein ordentliches Bild ergibt. Über die Straße rüber, hier rüber. Und dann geht es hier in einem Bogen entlang. Bam, Attacke. Hier auch noch. So, wir werden ja jetzt großartig hier Hopsa-Satralala machen. Wir machen jetzt einfach diese Strecke. Lkw. Äh, das sind hier Züge. Gut. Haben wir schon Cottbus? Lkw Cottbus haben wir noch gar nicht. Bergen, okay. Hopsa-Satralala machen wir noch mal ein paar Lkw zuweisen. Und wir kaufen Güter. Gibt es da schon ein paar neue Lkw? Da gibt es ja gar nichts Neues. Äh, Werkzeuge. Und an den Werkzeugen, wir kaufen mal vier Lkw. Die wäre jetzt Lkw. Äh? Da ist Cottbus. Was ist das für eine Lkw-Linie? Das weiß ich auch gar nicht. Zack. So. Dann fahren die. Das ist aber noch zu wenig, weil hier in Berlin geht es natürlich auch rund. Wir hätten die Möglichkeit, hier lang zu fahren. Hier außen rum. Und dort oben ein Lager zu besetzen. Das Problem, was ich habe, ist, dass der Weg ganz schön weit ist. Und so durch die City hier lang fahren. Hm. Hier merkt man schon, ist Stau. Da werden die Straßen ausgebaut, dass die Stadt weiter wächst. Ach, Hayemi. Nee, die wächst ja immer weiter. Guckt euch mal an. Da ist ja die Bahnlinie komplett hier in der Metropole drin. Boah. Na toll. Dann muss ich doch hier außen rum gehen. Wir schalten das mal an. Tö, 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 tö. Hier haben wir Industrie. Hier haben wir Wohnhäuser. Hm. Da müsste ich eigentlich hier was hinsetzen. Was ist das für ein... Das ist ja... Das ist ja ein großes Industrie-Ding. Da müsste ich eigentlich hier in dem Bereich was hinbauen. Warte mal. Hier in dem Bereich vielleicht. Tö, tö. Geschäfte. Hier ist nicht ganz so viel Verkehr, dass der hier langfährt. Hier rein. Und hier sind Geschäfte. Und Industrie. Hm. Da müsste ich eigentlich hier so in dem Bereich was hinbauen. Dann bin ich mitten im Zentrum. Und eventuell würde ja sowas hier passen. Hier, sowas hier. Äh, wie drehe ich denn das Ding? Hier, sowas hier. Das LKW ist einfach so anhalten. Zack, zack, zack. Attacke, hü. Und dann sind wir glücklich, oder? Sowas hier. Ja, stimmt. Ja, komm. Weiß was machen. Wir schauen mal, wie das hier wirkt. Ah, guck an. Ah, schau an. Bam, bam. Ja, dann bin ich auch mal gespannt, wie das hier läuft. Gut, dann machen wir eine Strecke. LKW. Okay. LKW Berlin. Berlin. Und welche könnte das sein? Die 03. Zack. Hat er die jetzt genommen? Ach, der speichert. Gut, 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 gut. Haben wir. Und diese Farbe wieder zuordnen. Und der soll auch vier LKWs sollen von hier nach... Wo ist es? Hier fahren. Ach, nee. Und der fährt natürlich einen Weg, den ich überhaupt nicht will. Großartig. Das ist der kürzeste... Das ist der kürzeste Weg. Ich will aber, dass er hier lang fährt. Na, pass mal auf, dann machen wir mal eine andere Option und werden hier die Straße... Wir nehmen jetzt noch eine Straße. Hier schön am Wald entlang. Zack. Ha. Guck mal an. Was macht er denn jetzt? Ah, guck mal, der macht einen Kreis. Ne, das ist ja noch viel besser. Aber er fährt hier diesen Hotspot lang. Das ist nicht gut. Hm. Was hat er jetzt gemacht? Hä? Stürzt du es jetzt ab, das Spiel, oder was? Ja, das Spiel ist abgestürzt. Hm, ein ganz großes Kino. Hm. Was ist ein ganz großes Kino? Ja, das geht nur las where the있는 Kino, oder was ein alles? Ich will es ein paar Kino, oder was Tür und Ahíavoir? Untertitelung des ZDF, 2020